Klaus Mann Mephisto Er hatte die Türe zu seinem Zimmer geöffnet. Im Raume herrschte ein rosiges Halbdunkel. Es brannte nur die mit buntem Seidentuch verhüllte Lampe auf dem niedrigen, runden Tisch neben dem Schlafsofa. In die farbige Dämmerung hinein rief Hendrik Höfgen mit einer ganz kleinen, demütigen, etwas zitternden Stimme. »Prinzessin Tebap, wo bist du?« Aus einer dunklen Ecke antwortete ihm ein tiefes, grollendes Organ. »Ehr, du Schwein, wo denn sonst?« »Oh, danke«, sagte immer noch sehr leise Hendrik, der mit gesenktem Haupt bei der Türe stehen geblieben war. »Ja, jetzt kann ich dich sehen. Ich bin froh, dass ich dich sehen kann.« »Wie viel Uhr ist es?« schrie die Frau aus der Ecke. Hendrik versetzte bebend. »Ungefähr vier Uhr, denke ich.« »Ungefähr vier Uhr, ungefähr vier Uhr«, höhnte die böse Person, die immer noch im Schatten unsichtbar blieb. »Ist ja trollig, ist ja ausgezeichnet«, sie sprach mit einem stark norddeutschen Akzent. Ihre Stimme war ausgeschrien, wie die eines Matrosen, der sehr viel säuft, raucht und schimpft. »Es ist ein Viertel nach vier Uhr«, stellte sie fest, plötzlich unheimlich leise. Mit derselben schauerlichen Gedämpftheit, die nichts Gutes verhieß, forderte sie ihn auf. »Willst du nicht eben mal ein bisschen näher an mich rankommen, Heinz? Nur ein ganz klein bisschen, aber erst macht das Licht an.« Unter der Anrede Heinz zuckte Hendrik zusammen, wie unter dem ersten Schlag. Er gestattete es keinem Menschen, auch seiner Mutter nicht, ihn so zu nennen. Nur Juliette durfte es wagen. Außer ihr wußte es wohl niemand hier in der Stadt, dass sein eigentlicher Vorname Heinz war. Ach, in welcher süßen und schwachen Stunde hatte er ihr es anvertraut? Heinz, das war der Name, mit dem alle ihn angeredet hatten, bis zu seinem achtzehnten Jahr. Erst als er sich darüber klar geworden war, dass er Schauspieler und berühmt werden wollte, hatte er sich den gewählteren Hendrik zugelegt. Wie schwer war es, bei der Familie durchzusetzen gewesen, dass man sich an ihn gewöhnte und ihn ernst nahm, diesen ausgefallenen, anspruchsvollen Hendrik. Wie viele Briefe, die mit »Mein lieber Heinz« begannen, hatte man unbeantwortet gelassen, bis auch die Mutter Bella und die Schwester Josie sich endlich zu der neuen Anrede bequemten. Mit Jugendfreunden, die hartnäckig bei Heinz blieben, hatte man den Verkehr rigoros abgebrochen. Übrigens legte man ohne dies keinen Wert auf den Umgang mit Kameraden, die peinliche Anekdoten aus einer schalen Vergangenheit mit dem wiehernden Gelächter eines taktlosen Humors hervorzuholen liebten. Heinz war gestorben, Hendrik sollte groß werden. Der junge Schauspieler Höfgen kämpfte einen erbitterten Kampf mit den Agenturen, den Theaterdirektoren und Feuilleton-Redaktionen darum, dass man seinen frei erfundenen, preziösen Vornamen richtig schriebe. Er zitterte vor Zorn und Gekränktheit, wenn er sich auf einem Programm oder in einer Rezension als Henrik aufgeführt fand. Das kleine D in der Mitte seines selbst gewählten Namens war für ihn ein Buchstabe von ganz besonderer magischer Bedeutung. Wenn er es erst erreicht haben würde, dass ausnahmslos alle Welt ihn als Hendrik anerkannte, dann war er am Ziel, ein gemachter Mann. Eine so dominierende Rolle spielte der Name, der mehr als eine Personalbezeichnung, nämlich eine Aufgabe und Verpflichtung war, in Hendrik Höfgens ehrgeizigen Gedanken. Trotzdem duldete es nun, dass Juliette aus ihrer finsteren Ecke ihn drohend anredete mit dem abgelegten und verhassten Heinz. Er gehorchte ihren beiden Befehlen, bewegte den Lichtschalter, sodass plötzlich eine grelle Helligkeit ihm die Augen blendete und machte dann, die Stirne noch immer gesenkt, ein paar Schritte auf Juliette zu. Einen Meter entfernt von ihr blieb er stehen, auch dieses aber war ihm nicht gestattet. Sie murmelte mit einer heiseren und höchst beunruhigenden Freundlichkeit, wobei ihre Zähne zusammengebissen blieben. »Komm doch näher, mein Junge!« Da er sich nicht von der Stelle bewegte, lockte sie ihn wie einen Hund, den man mit Schmeicheltönen an sich heranholt, um dann umso grausamer zu strafen. »Nur näher, mein Schöner, ganz nah, nur keine Angst!« Er blieb immer noch bewegungslos, immer noch mit dem geneigten Gesicht. Schultern und Arme hingen ihm schlaff nach vorne, um Schläfen und Augenbrauen trat ein leidender, gespannter Zug hervor. Die geblähten Nüstern schnupperten ein penetrant süßes und gemeines Parfum, das sich mit einem anderen, noch wilderen, aber durchaus nicht süßen Geruch, der Ausdünstung eines Körpers, auf erregende und peinigende Art vermischte. Da das Mädchen durch seine wehleidige und edle Positur auf die Dauer gelangweilt und irritiert wurde, ließ sie plötzlich eine Zornesstimme hören, die wie heiseres Brüllen aus dem Urwald klang. »Steh doch nicht da, als ob du dir in die Hosen gemacht hättest! Kopf hoch, Mensch!« Majestätischer fügte sie hinzu, »blicke mir ins Gesicht!« Er hob langsam den Kopf, während sich der Leidenszug um seine Schläfen vertiefte. Im fahlen Antlitz waren seine grün-blauen Augen erweitert, vor Wonne oder vor Angst. Sprachlos starrte er auf Prinzessin Thebab seine schwarze Venus. Negerin war sie nur von der Mutter her. Ihr Vater war ein Hamburger Ingenieur gewesen, aber die dunkle Rasse hatte sich als stärker erwiesen als die helle. Sie sah nicht nach Halbblut aus, sondern beinahe nach Vollblut. Die Farbe ihrer rauen, stellenweiß etwas rissigen Haut war dunkelbraun, an manchen Partien, zum Beispiel auf der niedrigen, gewölbten Stirne und auf den schmalen, sehnigen Handrücken, fast schwarz. Heller gefärbt hatte die Natur nur das Innere ihrer Hände, während sie selbst, mittels Auflegen von Schminke, die Farbe ihrer oberen Wangenhälften eigenwillig verändert hatte. Über den starken, brutal geformten Backenknochen lag das künstliche Hellrot wie ein hektischer Schimmer. Auch die Augenpartie war kosmetisch bearbeitet, die braun abrasiert und durch schmale Kohlestriche ersetzt, die Wimpern künstlich verlängert, die Schatten auf dem oberen Lied und bis hinauf zu den schmalen, braun, ins rötlich-blaue vertieft. Hingegen hatte sie den wulstigen Lippen die natürliche Farbe gelassen. Über den blendenden Zahnrein, die sie beim Lachen wie beim Schimpfen entblößte, erschienen sie rau, wie das Fleisch der Hände und des Halses und von einem dunklen Violett gegen dessen trüben Ton das gesunde Rot des Zahnfleisches und der Zunge heftig kontrastierte. In ihrem Gesicht, das von den beweglichen, grausamen und gescheiten Augen und von den blitzenden Zähnen beherrscht war, bemerkte man zunächst gar nicht die Nase. Wie flach und eingedrückt sie war, erkannte man erst bei genauerem Hinschauen. Diese Nase schien in der Tat so gut wie nicht vorhanden. Sie wirkte nicht wie eine Erhöhung inmitten der Wüsten und auf eine schlimme Art attraktiven Maske, eher wie eine Vertiefung. Für Juliettens höchst barbarisches Haupt hätte man sich als Hintergrund eine Urwaldlandschaft gewünscht, statt dieser bürgerlichen Stube mit ihren Plüschmöbeln, Nippesfiguren und seidenen Lampenschirmen. Übrigens enttäuschte nicht nur die Dekoration, von der dieses Haupt sich abhob, sondern auch die Krönung des Hauptes selber, das Haar. Es war keineswegs die krause, schwarze Mähne, die man zu dieser Stirne, diesen Lippen passend gefunden hätte. Vielmehr überraschte es durch Glattheit und eine mattblonde Färbung. Die Frisur war einfach, der Scheitel in der Mitte gezogen. Die dunkle Dame gefiel sich in der Behauptung, so seien ihre Haare immer gewesen. Niemals habe sie etwas an ihnen verändert. Ihre Farbe und Beschaffenheit habe sie vom Vater, dem Ingenieur Martens aus Hamburg, geerbt. Dass ein Mann dieses Namens und dieses Berufes ihr Vater gewesen war, schien festzustehen oder wurde doch von niemandem bestritten. Übrigens war Martens seit Jahren tot. Der arbeitsreiche Aufenthalt im Inneren Afrikas war ihm nicht bekommen. Geschwächt vom Malaria-Fieber, das Herz ruiniert von Chenin-Spritzen und von alkoholischen Exzessen, war er nach Hamburg zurückgekehrt, um dort eilig und ohne viel Aufsehen zu erregen, zu sterben. Das Negermädchen, das seine Geliebte gewesen war, ließ er am Kongo. Ebenso das dunkelhäutige kleine Geschöpf, dessen Vater er sein mochte. Die Nachricht vom Tode des Ingenieurs drang nicht bis nach Afrika. Nach geraumer Zeit verlor Juliette auch noch die Mutter. Nun machte sie sich auf in das sehr ferne, sicherlich sehr wundervolle Deutschland. Sie hoffte, dort von der väterlichen Liebe lanciert zu werden. Indessen konnte man ihr nicht einmal das Grab des Ingenieurs zeigen, die Gebeine ihres armen Vaters waren verloren gegangen, wie sein Andenken. Ein Glück für die junge Juliette, dass sie leidlich stepptanzen konnte. Sie hat es noch bei den ihren gelernt. So gelang es ihr, bald eine Anstellung in einem der besten Etablissements von St. Pauli zu finden. Dort hätte sie sich sicherlich halten können, und vielleicht wäre der gescheiten und energischen Person ein ehrenvoller Aufstieg beschieden gewesen, hätten nur ihr heftiges Temperament und eine unbeherrschbare Neigung für starke Getränke ihr nicht den allerfatalsten Strich durch die Rechnung gemacht. Sie liebte es und konnte es gar nicht lassen, mit der Reitpeitsche auf diejenigen ihre Bekannten und Kollegen loszugehen, mit denen sie gerade nicht in allen Stücken der gleichen Meinung oder Stimmung war. Eine Angewohnheit, über die man in St. Pauli-Kreisen sich zunächst wie über eine humoristische und niedliche Nuance ergötzte, die aber auf die Dauer gar zu originell und übrigens einfach störend wurde. Juliette bekam ihre Entlassung und erlebte nun in unbesorgt geschwindem Tempo das, was man gemeinhin von Stufe zu Stufe sinken nennt. Das heißt, sie musste ihre Tanzkünste in immer kleineren, immer übler beläumundeten Lokalen zeigen. Ihre Einnahmen aus solcher Tätigkeit wurden nach und nach so gering, dass sie sich bald gezwungen war, ihnen durch Nebenverdienste aufzuhelfen. Welche Beschäftigung kam in Frage, wenn nicht die des abendlichen Spaziergangs auf der Reeperbahn und in den benachbarten Gassen. Ihr schöner, dunkler Körper, den sie im aufrechten, stolzen, ja fast hochmütigen Gang über das Trottoir bewegte, war wahrhaftig nicht das schlechteste Stück von diesem ungeheuren Ausverkauf der Leiber, der sich hier allnächtlich den durchreisenden Matrosen und den Armen wie den ehrenwerten Männern der Stadt Hamburg bot. Der Schauspieler Höfgen übrigens hatte die Bekanntschaft seiner Schwarzen Venus keineswegs auf dem Strich gemacht, vielmehr in der engen, vom Tabaksqualm und vom Lärm besoffener Schiffer erfüllten Kneipe, wo sie für eine Abendgage von drei Mark ihre dunklen, glatten Glieder und ihre kunstvoll klappernden Stepps zur Schau stellte. Auf dem Programm des finsteren Kabaretts war die schwarze Tänzerin Juliette Martens als Prinzessin Tebapp angezeigt. Ein Name, den sie nur als Künstlerin führen durfte, auf den sie aber auch im zivilen Leben Anspruch zu haben behauptete. Durfte man ihren Angaben Glauben schenken, so war ihre verstorbene Mutter, die verlassene Geliebte des Hamburger Ingenieurs, von rein fürstlichem Blute gewesen. Tochter eines veritablen, unermesslich reichen, den großmütigen und leider in relativ zartem Alter von seinen Feinden verspeisten Negerkönigs. Was Hendrik Höfgen betrifft, so war er weniger von ihrem Titel beeindruckt gewesen, obwohl auch dieser ihm ganz außerordentlich gefallen hatte, als vielmehr von ihren beweglichen, grausamen Augen und von den Muskeln ihrer schokoladenfarbenen Beine. Nachdem die Nummer der Prinzessin Tebapp beendet gewesen war, hatte er sich in der Garderobe der Künstlerin melden lassen, um ihr seinen, zunächst vielleicht etwas überraschend klingenden, Wunsch vorzutragen, nämlich den, Tanzstunden bei ihr zu nehmen. Heute muss ein Schauspieler trainiert sein, wie ein Akrobat, hatte Höfgen erklärend hinzugefügt, aber die Prinzessin schien nicht sehr begierig auf seine Erläuterungen. Ohne sich lang zu verwundern, hatte sie den Preis pro Stunde und das erste Rendezvous verabredet. bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020